NICHT SCHON WIEDER! Okay, okay! Es sieht wohl ganz so aus, als würde es ein Let's Play Forever Super Ghouls and Ghosts! Ja, wir sind hier wieder am Anfang, wir haben den letzten Endgenern besiegt und wir dürfen, äh, unsere Frau, kaum, wir wollten gerade den Beischlaf vollziehen, ja, und schon geht's hier wieder los, Beine weggehauen, Headshot, beide Beine weg! Bam! Bam! Ich öffne die Truhe hier, es ist ein Pfeil und Bogen drin, jawoll, den kennen wir ja nun auch schon zu Genüge, weil wir ja schon zwei Durchläufe hier hatten, bam! Yo! Was tut er? Was tut er? Er will uns töten! Oh, Punkte, Punkte, 1.500 Punkte hier am Anfang bei Super Ghouls and Ghosts forever! Let's Play Forever Super Ghouls and Ghosts! Wir werden's wieder und immer 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 und wenn sie nicht gestorben sind, dann spielen sie noch heute! Yeah! Let's Play Forever Super Ghouls and Ghosts! Feuer! Oh, jetzt hab ich dich nur zu voll! Nein, das war's! Feuer ist scheiße! Ich werde das nicht weiter let's playen! Tut mir leid, Freunde! Ja, ich mach jetzt Schluss hier! Wir hören uns schon wieder